Hallo, mein Name ist Eduard Hablützer. Ich komme aus der Ostschweiznähe Bodensee. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf beim Welt-Gigong-Tag und ich habe auch eine Übung mitgebracht, die nennt sich Baduan-Gin oder die acht feinen Übungen. Die kommen ursprünglich aus den Charlin-Klöstern und ich möchte euch motivieren, diese Übungen mitzumachen, auch wenn ihr Anfänger seid. Dazu habe ich euch heute schon eine Übung zum Vorbereiten mitgebracht. Ihr könnt euch breiten Stand hinstellen, auf einer stabilen, guten Unterlage und die Knie öffnen wir so gut es geht. Der Oberkörper ist schön gerade, aufgerichtet. Dann strecken wir die Arme raus und die Atmung ist entspannt und ruhig. Dann sinken wir noch etwas, wenn es geht, aber immer aufgerichtet im Oberkörper. könnt ihr natürlich länger bleiben und die Übung steigen. Dann lösen wir und dreimal ausatmen. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und eine Portion Neugier und Freude mitbringt. Bis bald! Bis bald!